Also das sieht man jetzt an der graben Linie, das ist also konstante Temperatur. Die Zeitskala zeigt also von 0 bis 30 Sekunden an. Die vertikale Linie zeigt die Temperaturspanne von 14 bis 24 Grad Celsius an. Also hier sieht man jetzt eine Grafik mit einer Temperaturdifferenz. Die Klappen sind geöffnet und das Ganze findet also statt bei konstanten Druck. Also da, wo man sieht, wie die Kurve ein bisschen nach unten geht, da hatte er die Magneten angerufen. Vor fünf Sekunden und hat sie dann wieder an die ursprüngliche Position freien lassen. Und da sieht man eben diese kleinen Fällen. Das ist auch das klassische Ergebnis, was zu erwarten gewesen ist. Und wenn jetzt die Klappen geschlossen sind bei konstanten Moodle, dann sieht man diese Effekte wieder von Selbstabkühlung und Selbsterwärmung. Vorher das war alles in normaler Luft und jetzt ist das Arbeitsmedium ein Edelgas im Helium. The self-refrigeration and self-heating effects are larger. For argon, yes. And then for a smaller heat capacity ratio, carbon dioxide, according to theory, we get a smaller change. Und dann also die Veränderung ist jetzt geringer, wenn es bei dem Gas sich um Kohlendioxid handelt. Also 2004 wurde ein Patent der Vereinigten Staaten darauf, um diesen Proll-Effekt mit einzubinden in diesen Proll-Effekt. The mechanism identified here resembles a Stirling engine with a power piston and a displacer. We will go on. This is some of the data that I use for mathematical proofs. There is a cycle drawn down here and magnified and in color it's here. So, das ist jetzt nochmal die Grafik, einen Ausschnitt davon stärker vergrößert. This engine cycle uses constant volume cooling. Also auf dieser Kurve wird konstante Volumenabkühlung dargestellt. Constant entropy compression. Und konstante Entropiekomprimierung. And then constant pressure expansion. Konstante Druckausdehnung. So this forms a cycle. Basically the piston, power piston expands here and it compresses here. Ja, also der Kolben komprimiert und das dekomprimiert. Und in diesem Prozess, all of the waste heat of the engine is recycelt. All of it. Contrary to Carnot. All of the waste heat is recycelt. All of the waste heat is recycelt. This describes the mechanical cycle. We start off up at the top. There is air on the cold side and the hot side. And the piston remains in a constant position for the first stroke. Only the displacer moves. Also auf der henten Seite befindet sich das kalte Gas. Auf der rechten ist warme. Und der Kolben ist jetzt erstmal in Ruhe. Und wovor er dann das Gas komprimiert. In the second process, the displacer remains constant. And then the piston moves in. That's compression. Auf der zweiten Grafik, der displacer, gibt es einen Preis. The second process, the piston compresses. In the third process, we go from here, round to the top. By both the piston and the displacer moving. Und auf der dritten bewegen sich dann beide. Also vorher war immer einer in Ruhekisten oder displacer. Also Kolben oder Vertränkungskolben. Und bei der dritten Grafik bewegen sich beide. And that is the expansion stroke. Und das ist dann der Expansionsschub. Und das ist dann der Expansionsschub. Ja, Ausdehnungsschub. Okay, these are photographs of the actual experiments that I did. And we don't have time to go through the details. This LED design was supposed to light up when you disconnect the battery. That starts the engine. And when it runs, it would light the lights and prove that it works. But we have mechanical problems. Also es gab mit dem Gerät noch mechanische Probleme, wenn die Batterie dann abgestellt wurde. Also die Energiezufuhr durch die Batterie. Das wurde 2001 durchgeführt. You know what happened in the fall of that year. I lost my funding. Im Herbst dieses Jahres. Contract for one million dollars from Monaco. 9-11 happened on a Tuesday. And this man called Thursday from France saying no more money, I lost it. Goodbye. Und derjenige, der ihm also diese eine Million Forschungsfeld zugesagt hatte, rief ihn dann ab und sagte, ich habe das jetzt alles verloren, das Geld und es gibt keins mehr. Das war alles die Unterstützung, die ich im Laufe von zehn Jahren hatte. Das Projekt konnte nicht fertiggestellt werden, weil es auch technische Probleme gab. Zu viel Reinung und schwache Piston. Piston Seals to keep the gas inside the room. Die schlechte Versägelung des Raumes, sodass, ja, dass das, der, 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 die Keulen abdichten ist das Wort, ja. This is another generation, and we'll just skip through quickly. If you want to talk to me afterwards, I'm here until Sunday night. This is just some eye candy to show some of the hardware that went in. Yes, yeah. Here you can see the power piston and the displacer piston of a sterling cycle-like mechanism. It looks like a sterling machine. It looks like a sterling machine. I used electrical resistors in here so I could put measured heat into the engine to compare that to the output work. So that I know the heat input. When I measure the work output from the motor compared to them. Das ist also eine Schaumisolierung für den Verdrennungsfolgen. Und der Regenerator ist in das Zentrum mit ein paar Drinking-Strawen. Das transferiert den Strohhalm. Für bessere Wunderschöne habe ich das ganze Ort hier nur eine Plastik-Schläge. Und alle sind Kaffee-Störer-Strawen. Innen im Regenerator sind lauter diese kleinen Plastik-Klöffelchen, mit denen man im Flugzeug zum Beispiel Kaffee umrührt. Das ist die Stahlrolle, die für diesen Regenerator benutzt wird. Und das sind noch mehr Stahl. Stainless-Steel-Screen. Das sind jetzt so Scheiben aus Edelstahl. Und hier ist das Motorrad von den Batterien. Und man sieht das Frosty-Air aus Liquid-Nitrogen, das benutzt wurde, um das Motorrad zu machen. Da sieht man jetzt, da wird flüssiger Stickstoff benutzt. Liquid-Nitrogen ist needed to start the engine. Liquid-Nitrogen creates a cold side, and then room temperature is the hot side of the engine. So dass auf der einen Seite der kalteteil ist, und da oben dann nur die Raumtemperatur der wärmeteil. Other testing. And that must go quickly. Much measurement was done with data acquisition. Überspringen. Much measurement. Many measurement. But this is the most important measurement of all. This proves that the engine was working. It's a pressure measurement with time. Das war jetzt eine Messung, also über einen bestimmten Zeitraum. Messung, über die Zeitraum. Und die zeigt an, dass die Maschine wirklich funktioniert. When I expand this out at the end, it shows the cycle happening as it's designed. Also das zeigt, dass der Prozess so abläuft, wie er auch intendiert ist. This pressure drop is constant by cooling. This is the compression stroke. And this is the constant pressure expansion. Here is the second. It is running, but it cannot overcome its own friction. Funktioniert, aber es kann nicht seine eigene Reihung machen. It cannot overcome its friction. Also der Prozess funktioniert, aber die Reihung ist noch etwas zu groß. Also ja. It needs more work, but that's as far as I could get. Es muss noch ein bisschen dran getrüftet werden, aber es funktioniert schon so nicht so. Und das wurde schon auf drei internationalen Konferenzen. Scientific conferences. Specialized for thermodynamics. Yes. We're universal physics professors. We're engineers. And everybody says, it's good. Okay. Also es wurde auf drei internationalen, also auf wissenschaftlichen Fachtagen, speziell zum Thema Thermodynamik präsentiert und akzeptiert. This is a CAD drawing of the flywheel. That is just, ehm, is your name? Oh, yes. So we're not going to do that. Flywheel. Talk to me if you want to know how the mechanism works. We will go on to the... And then to the Editas... We're running... ...